Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, Endstand eines turbulenten Spiels 2 zu 1. Begrüß recht herzlich unseren Gästetrainer Markus Koczynski und unseren Cheftrainer Christian Fjell hier oben auf dem Podium und Markus, dir gebührt das erste Wort. Ja Glückwunsch an 1. FC Nürnberg und an dich Christian zum Sieg. Ja es ging so ein bisschen rauf und runter. Wir waren gut, wir waren schlecht, wir waren gut, wir waren schlecht. Mal der Reihe nach. Wir haben am Anfang glaube ich von Taktik geprägt. Jeder hat in seinen Räumen, in seinem System versucht sich durchzusetzen und so halbe Sachen gehabt. Wir haben schon ein, zwei Mal, ja durchs Zentrum sind wir gefährlich geworden, was dann zur roten Karte geführt hat. Ein schöner Angriff übers Zentrum, da ein Stahlklatsch. Dann haben wir in Überzahl gespielt, das haben wir nicht gut gemacht. Da war es ansatzweise okay, aber der letzte Ball zu weit, ein bisschen zu langsam gespielt, da kann man Schneider verlagern. Das kann ich ja, das kann ich noch, kann ich noch nachsehen. Wir sind in unserer Entwicklung noch irgendwie an der Stelle, wo wir, wo wir Dinge Stück für Stück aufarbeiten und sowas dann auch irgendwie neu für uns ist und deswegen, ja musst du dann in die Halbzeit gehen und das haben wir aber nicht richtig gemacht, sondern Lee war vorher schon natürlich durch die Schwalbe unnötig vorbelastet, dann provoziert er noch die Zuschauer, was unnötig ist und bringt sich damit selber in eine schlechte Position und dann kriegt er vor der Halbzeit, ja kriegt er gelb-rot und dann spielst du in Gleichzahl. Dann wieder eine Situation, wo man sich abtastet, wo beide Mannschaften versuchen ihren Weg ins Tor zu finden und wir schaffen es dann mit einer Standardsituation. Gehen in Führung, Nürnberg aber weiterhin auch immer gefährlich mit ihren Angriffen, mit ihren Situationen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Kontrolle hatten im Ballbesitz und und das nicht unbedingt in der Luft lag. Das Tor ist dann gefallen, gut rausgespielt, müssen wir mit leben. Ja, dann kommt die zweite doofe Situation und vor allen Dingen noch viel, viel mehr ärgert mich natürlich, dass wir das 2-0 auf dem Fuß haben, wunderschöne Kombination mit Kierens Rose und mit Ivan Bretain, glaube ich, fünf Meter vorm Tor, sechs Meter vorm Tor, wo man ein bisschen Rückenlage hat, da machst du, wenn du clever bist, wenn du diesen Tick mehr Ruhe hast, machst du das 2-0 und dann, glaube ich, sieht es natürlich ein bisschen besser für uns aus. Markus Anger dann auch, vorher schon zwei, drei unnötig gelbe Karten gezogen, in der ersten Halbzeit, wo es nicht sein muss, manchmal muss sein, aber ich glaube, da waren auch unnötige Sachen dabei. Erstmal der Elfer, heute wird branchenüblich gefiffen, ich selber in der Realzeit habe das nicht gesehen, ich dachte, da wäre auf der Linie irgendwas gewesen, erst bei Markus Mattissen dachte ich, aber auch auf unserem kleinen Laptop nichts gesehen und erst natürlich jetzt in der Super-Slowmo sieht man, dass bei Martin Anger die Hand rausgeht und er ist dann minimal berührt, den Ball minimal berührt, das wird heute nur mal gepfiffen, ob einem das gefällt oder nicht. Früher hat das, das hast du gar nicht gesehen, so schnell wie das ging. Heute ist halt so, damit müssen wir leben und haben nochmal in der 86. Minute nach dem Ballgewinn von Toni Jonic nochmal die Chance aufs 2-2, wo wir, natürlich hatten wir auch die Chance aufs 3-1 vorher gehabt, aber wir haben die Chance und nutzen sie in so einer Überzahlsituation im 16er nicht, um einen Ausgleich zu machen und dann bin ich nicht wirklich unzufrieden und gleichzeitig hat man aber gesehen, wo wir stehen, das war aus so kleinen Dingen, so eine Überzahl, dann nicht selber uns in Bedrängnis bringen mit gelben Karten, das war dann einfach unclever. Man sieht, dass wir an dieser Stelle einfach grün sind, anstatt dann in die Halbzeit zu gehen, 0-0 mit einer Überzahl, dann kann man sich ordnen, kann darüber reden, wie wir das machen wollen, kann das dann anders in die Hand nehmen und da sind wir dann einfach noch nicht clever genug. Du musst hier heute nicht verlieren. Für mich wäre ein Punkt drin gewesen, das haben wir leider nicht geschafft. Für mich steht an, daraus zu lernen und die einzelnen Spieler daraus zu lernen, dass man sich nicht in solche Situationen bringt. Ansonsten mit dem Einsatz, mit dem Willen und auch mit dem Fußball bin ich zufrieden. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Dann dein Part, Christian. Ja, ein sehr wildes Spiel, ein sehr wildes Spiel mit vielen Herausforderungen. Ich glaube, dass wir nicht gut reingekommen sind, vor allem im Spiel gegen den Ball, dass wir oft zu spät waren, dass wir den Gegner zu viel haben spielen lassen. Daraus resultiert auch der Pass in die Tiefe, wo wir das Zentrum, wo wir sie einladen, wie es der Kollege gerade gesagt hat, steil klar zu spielen und dann hinter die Abwehrkette zu kommen. Und wir können es nur noch mit dem Faul retten, wo wir einfach nicht gut stehen. Dann bist du auf einmal in Unterzahl und alles, was du im Kopf hattest, ist dann erstmal über den Haufen geworfen. Dann war mein Gedanke, okay, jetzt gucken wir, dass wir so in die Halbzeit kommen. Zuerst wollten wir mit 3-2 anlaufen, dann haben wir aber gemerkt, wir kriegen die Breite nicht zu. Dann haben wir mit zwei Viererketten und einem Stürmer davor gespielt und dann ging es darum, in die Halbzeit zu kommen. Ja, dann sind wir wieder in Gleichzahl und ich glaube, nach der Halbzeit hat man dann gesehen, dass wir drücken wollten, dass wir uns Chancen rausgespielt haben, dass wir aufs Tor gehen wollten. Ja, dann legst du 1-0 zurück und ja, auf einmal bist du dann wieder in Überzahl und es war wild einfach, es war sehr, sehr wild und ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass wir heute der glücklichere Sieger sind oder der glückliche Gewinner. Ich nehme diese drei Punkte sehr gerne mit. Was ich den Jungs hoch anrechne, ist, dass wir in Unterzahl immer wieder versucht haben, dass wir nicht aufgehört haben, bis zum Ende zu versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und ich glaube, das ist das Positive heute. Ansonsten, Markus, für dich und deine Jungs, alles Gute. Wir sehen uns in der Rückrunde und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das waren die Analysen der beiden Trainer. Kommen wir zu euren Fragen. Wer möchte den Anfang machen? Keine Fragen? Doch, Martin Funk von der BILD. Vielleicht eine kurze Frage an beide Trainers. Jetzt ist der Einfluss eines Trainers während des Spiels ja sowieso begrenzt, aber wie kann man überhaupt bei so einem Spiel, was sich ja immer wieder verändert aufgrund der Schiedsrichterentscheidungen, die meistens ja auch richtig waren, wie kann man überhaupt noch Einfluss nehmen in so einem Spiel? Unterzahl, Überzahl oder muss man das dann laufen lassen? Ja, man hat schon von der Raumaufteilung dann auch Dinge umgestellt. Auch dann zweiter Halbzeit haben wir gemerkt, wir haben Zugriff nicht über den Sechser. Dann haben wir versucht, den Sechser zu kontrollieren. Das sind schon Dinge, die man den Spielern reinruft, die man auch schon mal besprochen hat, Dinge, die schon mal da waren. Natürlich auch ein bisschen improvisiert. Natürlich muss man Dinge auch mal laufen lassen. Man kann nicht alles, es ist kein Schachbrett. Dafür ist der Raum einfach zu groß und der Krach zu laut, dass die Spieler auch mal selber Dinge in die Hand nehmen, aber wenn es um Zahlenverhältnisräume geht, versucht man schon immer wieder Dinge zu verändern, bis man das Gefühl hat, dass es funktioniert. Sieben wildes Spiel. Für mich? Zu 100 Prozent. Ja, ja, natürlich. Zu 100 Prozent. Mit wechselnden Situationen auf beiden Seiten, wie gesagt, Zahlenverhältnisräume ständig dann, ja, geführt, zurückgelegen. Ist ja auch nochmal, macht es ja auch nochmal was. Dann zwei Spitzen, Zehner, nochmal umgestellt. Hinten, Viererkette. Ist ja dann auch nichts eingespielt. Ist ja dann auch nicht so, dass wir das jetzt ständig im Training so machen. Martin. Noch eine Nachfrage zu Usu, der heute auch natürlich aufgrund seiner Trainings- und Verletzungspause unter der Woche nicht seinen besten Tag hatte. In der ersten Halbzeit war es natürlich in Unterzahl dann auch nicht sein Spiel. War es vielleicht ein Fehler, ihn heute zu bringen? Oder wie sehen Sie sein Spiel heute? Ich wüsste nicht, warum das ein Fehler gewesen wäre, ihn zu bringen, wenn er zwei Tage trainiert hat und mir signalisiert hat, dass er keine Probleme hat. Ich glaube, dass er in der ersten Halbzeit vor allem mit, weil die ein oder andere Situation hatte, wo er schon was kreiert hat, wie er es auch die letzten Wochen gemacht hat, dass er jetzt nicht der geborene Verteidiger ist, der dann in Unterzahl zwei Spieler verteidigt, weil er halb-halb steht und dann guckt, wo der Ball hinkommt und den Passweg zum Mitspieler oder zum anderen Spieler schließt. Das wissen wir auch, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das ein Fehler gewesen wäre, ihn aufzustellen. Ich glaube, dass er heute auch wieder viel gelernt hat oder viel lernen kann und viel, viel mitnehmen kann. Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Herr Fjell, die Mannschaft musste heute zwei Rückschläge wegstecken, verdauen. Erst die rote Karte, dann, nachdem er wieder in Gleichzahl war, das Gegentor. Das ist eine Fähigkeit, die den Klub nicht unbedingt ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Ist das somit die schönste Erkenntnis, dass die Mannschaft widerstandsfähiger geworden ist und mit solchen Rückschlägen besser umgehen kann? Herr Fjell, wissen Sie, das ist das, was ich, deshalb sage ich es gerne immer wieder, das ist das, worüber wir von Tag 1 gesprochen haben. Solange dieses Spiel läuft und wir haben noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und der Schiedsrichter hat noch nicht abgepfiffen, dann erwarte ich das, dass wir bis zum letzten Moment alles raushauen, was wir haben, was mal war. Glauben Sie es mir, es interessiert mich nicht und der, der irgendwann mal in 15 Jahren hier sitzt, wird Ihnen genau dasselbe sagen. Also, nochmal, mir geht es darum, solange wir die Möglichkeit haben, irgendwas an dem Ergebnis zu basteln, versuchen wir zu basteln. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit, dass wir es jetzt schon das ein oder andere Mal bewiesen haben, dass wir es versuchen. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann vielen Dank unseren Gästen, einen guten Weg nach Hause und euch alle einen schönen Restsonntag. Tschüss.